okay du hast überlebt du hast überlebt ja die drei da unten sind tot so reingeschissen sein mag das war größte fehler habe vorher die regel festgelegt dann hätte ich gesagt okay aber haben wir nicht deswegen habe ich das weil haben wir nicht festgelegt die regel festgelegt hätte ich gesagt okay okay du in easy mode jetzt leider ich habe die monster hoch weil sonst hätte ich einfach vorher auf 59 gepackt und fertig gut ist dann wäre es geliget auf das elbe hinaus gekommen und gar das als worte teil nicht wahrscheinlich gründer nehmen wie du jetzt nicht mit den tag auf level 28 rein doch nein meine ich stoppe jetzt ich meine ich wechsle immerhin nicht zwischen jedem typen hin und her dass ich immer die besten punkte aus dem das war ich jetzt nicht aber ja auf 58 das heißt 9 so zack jungen als ob es hier drin keine entwicklungsanimation gibt das fahrt mich so ab diese dumme drecks kacke wir wollen uns jetzt alle nichts passiert ich bin scheinbar gar nicht nicht mal so nice wollen es passt köschen sein es genauso wie sie verlieren können ja jetzt heißt noch auf den heißbrotten wenn ich überreste geben so der vor die kleine da setzt gleich stafette ein dann ist ja wieder los dann wäre ich so sauer ich weiß sie hat überhaupt schon was von von band pass los gehört ich glaube nicht was geht was geht was geht was geht was geht so soll ich passen während wir doch sein mon einfach mit in die feuer ich bin so sauer okay jetzt nicht mehr sauer sein jetzt gewinnen da ist halt aber auch das ding man hat eben richtig hart gemerkt dass der einzige also der nachteil den ich habe ohne evs absolute katastrophe ohne evs kriegen ja so viel damage weil dings hatte ja 00 evs hatte sein magnus und ja der so gefressen so 10 herr du machst es jetzt hier alleine scheiße box an der top 4 den evs kein plan probiert oder was geht aber verhältnismäßig ne so für den ersten run kam es uns ja ich darf nicht wechseln aber sonst ja verhältnismäßig deutlich einfacher vor weil wir da evs hatten aber ich bin hier jetzt ohne evs und das schon nicht ohne ich bin hier einfach dahin zu stellen ich glaube die feiert es aber passt thema noch nicht warum ich terra typ drache bin wenn wir friedwurfen scheine auch nicht so geil muss ich gestehen sind uralter lumpen ja 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 weil es ist wie tot dem braun song Schreibe ich da drin? Ja wahrscheinlich. Hat das Ding Hitzeschutz oder Safe hat es Schwebe? Ist schon passend, ja das Shiny, aber ich finde es trotzdem echt kacke. Nur weil etwas passendes heißt, also kann es ja trotzdem kacke sein. Ich hätte Friedhof glaube ich sogar noch überlebt. Ey, einfach, das wäre legit übelzwild, wenn es so wäre. Wow. Die Iron Knight passt. Oder wenn es immer so ein Instant Kill wäre oder sowas. So. Okay, nice. Nice, 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 nice. Ich bin mein Team gerade so gammelig. Also es ist eigentlich gar nicht so gammelig. Das habe ich immer noch relativ strong. Metall Sound. Lichtschild? Okay. Also eigentlich ist es nicht gammelig, aber davor fand ich es so viel cooler. Und jetzt alles weg. Ich hatte nur die Schild, dann passt es. Passt. Passt. Okay. Eigentlich wuppelt der Strong. Könnte zu restleisen. Bei Joshi, dankeschön für deinen Prime Sub. So verpflichtet. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ja, ist halbe Stunde circa noch. Aber wer kann denn da, was geht? Ich könnte zu restleisen. Was ist die letzte Spawn? Rampforgita, ne? Ja, dann. Reiner. Rupilz sieht so viel besser aus als seine Gegenwartsform. Fuck, Immungus. So hässlich. Hä? Ich finde Immungus viel nicer als Rupilz. Aber einfach, weil der sieht aus wie ein Fake. Und den gibt es halt schon. Und der hat so Füße und ein Schwanz. Das sieht so weird aus. Wisst ihr, wie ich meine? So, töten wir den jetzt einfach. Sonst geht der jetzt noch für eine Elektro-Attacke. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich glaube, wir killen ihn einfach. Ich merke gerade, es war vielleicht gar nicht so klug zu restleisen. Na, ist nicht schlimm. Aber gegen Rampforgita bleibe ich ja gar nicht drin. Der kann mir ja zwar nichts, aber ich kann ihm ja auch gar nichts. Du hast auch Füße und einen Schwanz. Aber von mir gibt es keine andere Form, die keine Füße und einen Schwanz hat. Das ist ja dann schon wieder weird, weißt du. Doch. Scheiße. Scheiße. Okay, Terra Stahl macht die jetzt. Geh mal raus, den Tempera. Du bist ja auch noch nicht verheiratet. Meinst du, da hat man keine Füße und keinen Schwanz mehr? Das können wir ändern. Nein. Boah, ich glaube, Rampforgita kann Action noch ein kleines Problem werden. Ich weiß nicht, ob die Insel für diesen Hammer geht. Das Problem ist, die Artkräfte keltig, die nicht. Und selbst wenn sie mir jetzt... Steinkanz, okay, das ist gut. Wo sie hätte Steinkanz gegen Wutpilz gedrückt, jura Holy Shit. Okay, jetzt, glaube ich, denke ich auch noch einen Riesenhammer. Und ich kann für Erdkräfte gehen. Lichtschild hört auf, sehr gut. Ich kann für Erdkräfte gehen und ich glaube, zwei Erdkräfte killen. Special Death Drop. Okay, nur die Harten kommen im Garten. Aber das Ding ist, die setzen jetzt Riesenhammer ein, habe ich recht. Ja, wie viel macht das? Ach so. Oh. Äh, gut. Viel. Genug. Schade. Das war's dann wohl für Tentera. Gut, den wollte ich auch gar nicht haben. Was gut. Ciao, ciao. Hättest du dir auswechseln müssen und dann hätte sie wieder Hammer gedrückt. Ja, 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 ja. Da ist wahrscheinlich jemand verloren. Meine Hoffnung war, dass sie mit Riesenhammer gar nicht so viel Schaden macht. Und, ähm. So ziemlich will ich nur sagen, dass ich stolz auf dich bin und mach weiter so, wie du bist. Und ich freue mich, äh, dich schon persönlich kennenzulernen. Ich danke dir. Danke, ich danke dir sehr. Vielen Dank für die lieben Worte. Sieh schon, du willst alle deine Pokémon nochmal der Top 4 vorstellen. Das Problem ist, okay, ich habe hier zwar die Option, viele Pokémon zu nutzen, aber, äh, ich nehme mir hier auch so mit die besten Pokémon raus. Und am Ende haben wir halt dann nicht mehr so geile Pokémon. Und wir haben auch noch den fucking KI-Kampf und so ein Shit, ne? Und ich habe auch nur noch einen Encounter. Aber ich will jetzt nicht sagen, yo, ich nehme mir jetzt immer, ähm, ich nehme mir jetzt immer die krassen Pokémon mit. So, das will ich auch nicht machen. Yo, ich käme jetzt gegen den, gegen den normalen Arena-Leiter, äh, gegen den normalen, äh, gegen den Flugtopf hier. Jetzt nehme ich nur Elektro-Pokémon mit oder so. Das will ich nicht machen. Ich will schon unterschiedlichste Mons mitnehmen. Zum Beispiel hier Magnuson könnte ich jetzt mit reinnehmen, aber finde ich, glaube ich, gar nicht so. Das Problem ist, was mich auch richtig abfuckt, oh, der kommt hier nicht rein. Was mich jetzt richtig abfuckt, ist, das fad mich wirklich richtig ab. Wir haben keine Electric Immunity mehr. Das Einzige wäre halt, Pupita. Ansonsten haben wir keine Electric Immunity. Los, drei Magnuson sind ja keine Electric Immunity. Die handeln das. Aber die machen halt auch nicht viel gegen die Elektro-Pokémon, ist das Problem. Für den Kick Karpels. Ne, Karpels will ich gar nicht mit reinnehmen. Also, es tut mich nicht darum, dass ich jetzt gegen den Flug, gegen den Flug, äh, gegen den Flughomie kämpfen muss, sondern allgemein will ich nicht mit reinnehmen gerade. Vielleicht passt es nicht so ins Team. Mh. Guck mal, Electric-Type wäre aber allgemein trotzdem gut. Zappelrang wäre vielleicht auch noch eine Option. Terra-Elektro, der hat immer einen Terra-Wasser. Ach, ist ja auch kacke gegen den, äh, gegen den Flug-Pokémon. Ah, ich habe nichts gegen, äh, gegen den Elektro-Pokémon. Ich habe nichts gegen den Elektro-Pokémon, so wirklich. Das nervt mich richtig. Und später kommt noch Eisenhand, ne. Ja, gut, ne. So, wir bleiben natürlich bei denen, die neu reinkommen, auf 58. Flamingo gegen Mäson, ja. Das sagt man. Ich gehe jetzt mit Krampfermitte rein. Und ich werde mir Friedwürf für Flamingo aufheben. Ja. Er weiß nicht, womit er leadet. Aber selbst wenn vielleicht Flamingo ist, kann ich ja dann in Friedwürf gehen. Ach, scheiße, ich habe kein Item auf Mäson. Ja, ist okay. Ist okay. Jungen, von dem wurde ich heute im VGC zerstört. Gute Zeit. Jetzt ist noch getrasht, ist heute zerstört worden. Damit absteiglich so viel macht. Let's go. Okay. Jaja, er hat halt so Leech Seed, äh, Rundumschutz, Protect gespielt. Das war so. Und der letzte Move, maybe Taron oder so. Kein Plan. Kommt denn von Thorn zu schnell. Also ich habe ihn kein anderes Move einsetzen sehen. Das ist echt wenig Schaden. Sonnentag. Okay. Ja, der Kloföl, okay. Ich dachte, dann haben wir uns ja auch einmal schneller. Okay. Ja, er war auch, der Kampfer allgemein komplett cursed. Der Kampfer allgemein komplett cursed. Er hatte Dondoso, Nigiragi dabei. Und da habe ich mir gedacht, okay, was mache ich in der Team-Review dagegen. Und dann hat er mit, ähm... Dann hat er mit, äh, Nigiragi geleadet. Aber das war ein Sturmzug, Nigiragi. Dondoso war einfach nur ein Bait. Und das war ein offensives Nigiragi, was ultra viel Work gemacht hat. Oh, Flambo. Okay, macht ja nichts. Ah, ich bin ein HB. Easy. Okay. Staraptor. Will ich am liebsten auch schon in Friedwolf gehen. Der geht doch safe für Close Combat, ne? Ich habe ja keine großartige andere Wahl. Nee, nee, das Ding hier hat jetzt mehr Attacken als zwei. Das ist nur das, ähm... Das ist nur das Arena-Straptor, was so kacke ist. Oh, der muss jetzt schon mal einen Sturzflug taken. Das ist schon mal kacke. Hack-Drop. Schade. Ja, ist noch okay. Einen kann ich noch nehmen fürs Team. Ich glaube, das schafft Flaming... Äh, das schafft er dann auch noch gegen Flamingo. Weil ich habe immer einen Knuddler. Knuddler und Schadenstoß mit Recoil und Beulenhelm. Ich glaube, es soll schon passen. Mal bei It, was geht? Jogel. Dann geht es schon. Ich glaube, das ist eigentlich schon. 137 Stunden. Weil, Timo, hast du noch einmal Werbungsscheibe? Und mein Punkt kommt mir gerade. Ja, weil ich schaue, ob ich jetzt kann. Kann immer noch nicht. Lesbisch nicht. Ja, ja, Alanius. Das ist crazy. Okay, das ist richtig gut. Weil ich gleich Flamingo auf die... Ähm... Oh mein Gott. Weil ich ihn auf die Kampfattacke locken kann. Aber es war ein, es war ein, es war ein, es war ein. Es war ein, es war ein, es war ein, es war ein. Sehr gut. Gilt es? Ne. Ich werde heute aber auch nicht mehr glücklich, habe ich das Gefühl. Das Problem, wenn ich mit Wutpilz drin bin, dann geht Flamingo nur für die Flugattacke. Das will ich eigentlich nicht. Samenbomben, ja, na klar. Bei Granthul geht er, geht er auch für die Kampfattacke, I guess. Okay. 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 das hat schon gekillt. Oh, ist schneller. Nice. Shoot, 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 shoot. Okay. Und ich denke, der geht jetzt hier für die Kampfattacke. Und ich für die Flugattacke. Das kannst du bei jedem Kampf gerne machen, das sieht ja allgemein immer schwierig aus. Ja, sei... Achso, sei Magnus bekommt man und nicht Tempest. Also, sei Nisui, ja, ja, ja. Okay. Ich meine, Teres leist jetzt und deswegen geht der vielleicht doch für die Flugattacke, aber wir biegen jetzt einfach mal, dass er für die Kampfattacke geht. Wir müssen hoffen, dass er für die Kampfattacke geht. Wie du das möchtest, Elfam. Mach du ruhig, du kannst entscheiden. Oh, der zählt. Ah, warte, der hat ja rauf Lust. Nooo. Der hat ja rauf Lust. Ja, ich weiß, wir werden Friedhof hier verlieren. Ich wäre safe nicht schneller. Naja. Okay. Dann verlieren wir wieder einen Mon. Und Friedhof leider auch einen Bangamon. Weil ich verliere meine ganzen Bangamons hier. Ich muss mich richtig festhalten. Dann glaube ich, das erste Mal in Gren gehen, oder? Okay. Ich wäre gerade nicht weggemessen. Oh, Stress. 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 Stress, 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 Stress. 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 hätte ich gedacht dass die ex so schwer sind vor real ist echt schwer also ohne evs und so ein shit aber ich war auch echt anlage im ersten kampf und habe eine krasse monst verloren muss man auch dazu sagen aber ja trotzdem ja einfach aber du musst überlegen ich glaube dass der große unterschied dass du full ev trainiert war es weißt du und ich habe keine auf sehr viel pumpen und keine frau ist es genau ist eine eck log das habe ich verloren aber sonst naja von aber ich glaube so null evs haben ist auch schon echt es habe deshalb habe ich dann eine ganz gute defensive in 30 min und ende der stream jetzt so schaut's aus aber sand core ja nur doof dass man deshalb kein sandsturm hat sich ja ich weiß es nicht also wenn es so ist dann ist es so da nehme ich es so hin frage ist hat es was alles des portats adrenalin ich habe keinen bock ein heißer aufzuspielen eigentlich nächstes hat doch sein sturm der meint ach das war ja diese spezielle das war ja das spezielle des portals ja jetzt ist es nicht weil ich weiß ja es okay ist okay kann man spielen mit finn saura wo fangen crunch braucht man sogar mehr eigentlich damit es halt mixt was heißt mixt eigentlich ist jetzt doch wir jetzt doch weil bei terraausbruch nimmt er einfach den physischen angriff trotzdem besser als als der spezielle wer gibt mir ein spezielles des portals vor allem mit schäumen wesen ich habe teilweise auch so kackwarns bekommen das unbeliebe mit von Untertitelung des ZDF, 2020